schließt die reihen vorwärts lassen wir die knoblinge bei den ruhen folgt mir für die freiheit sie sind überall feindlicher angriff folgt mir vorwärts außer der und los außer der echte knobling versteckt sich mir nach oder das könnte ich mir gut vorstellen folgt mir sofort da die knoblinge kein schad zu machen für die freiheit schließt die reihen zeit zu sterben feindlicher angriff die deckung die reihen sie sind überall verstand die deckung ok die bummeln könnten ein problemchen sein kämpft verstärkt die deckung verteidigt euch schlagt sie zurück verstärkt die deckung zeit zu sterben schließt die reihen feindlich verteidigt euch hier wird doch erstmal hier runter gucken glaube ich also erstmal gucken was der gott hierhin hier macht zurück mit euch schlagt sie zurück mal hier den knobling den wir töten spot zwei neue verstärkt die deckung schließt ihr ein acht auf meinem befehl zur ehre feindlicher angriff kämpft verstärkt die deckung zeit zu sterben feindlicher angriff vor sich haltet durch männer vorsicht also ja entweder ist der globenling hier unten zeit zu sterben ja folgt haltet durch männer schlagt sie zurück hier vorsicht angriff schließt die rein auf mein kommando verteidigt euch folgt mir schlagt sie zurück feindlicher angriff wird sie übrigens auch lustig wie die oka ist sofort sie sind überall sie sind überall feindlicher angriff schließt die rein schließt die ein schließt die ein schließt die ein haltet durch männer zum angriff so wie weit verfolgt ihr mich folgt mir nicht bis zu hier hin okay schließt die schließt die schließt die der dämmerung über die welt brachte gutes und schlechtes nie wurde ich müde bis heute nun rast ich hier mag die zeit für einen moment ohne mich ihr werk verrichten ihr ihr seid der falke hirin der bote der götter und zu dieser stunde verfluche ich was ich bin lasst mich ja vorwärts okay der hat uns nichts zu sagen folgt mir ja hier ist die kleine armee an äh gnomen mir nach gnomlingen vorwärts hier sofort da ist ein level 50 seelenbrecher drin mir nach folgt mir mir nach also ja rennen wir wieder die gnomlingen vorbei im augenblick sitz 5 mir nach sofort verstärkt die deckung verstärkt die deckung und los und los vorwärts schließt die reihen folgt mir haltet durch männer sofort man hier sind nur vier alte folgen mir sofort zum angriff sie sind überall schließt die reihen sie sind überall was wünscht die ruhe verteidigt euch schließt die reihen schließt die reihen Sie sind überall! Auf dem Weg! Und teute Durchmänner! Okay, das ist der alte Bubi, der mir folgt. Und hier hinten ist kein Gnobling. Nur ein Bugsiegel. Schlagt sie zurück! Sie sind überall! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Halte durch, Männer! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Sie sind überall! Sie sind überall! Hey, der Gnobling läuft weg! Halte durch, Männer! Feindlicher Angriff! Halte durch, Männer! Schlagt sie zurück! Okay, der Gnobling läuft auch weg. Fließt die Reihen! Schließt die Reihen! Schließt die Reihen! Schließt die Reihen! Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Alles klar! Vorwärts, Krieger! Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Zu Befehl! Feindlicher Angriff! Halte durch, Männer! Okay, da taucht ein neuer Gnobling auf. Halte durch, Männer! Sie sind überall! Sie sind überall! Okay, das war der echte Gnobling. Halte durch, Männer! Schließt die Reihen! Sie sind überall! Jetzt muss die Mumie hier fallen. Feindlicher Angriff! Oh. Puh, das ist mir gleich aufgefallen, dass das Gift uns fast getötet hätte. Von der blöden Mumie. Feindlicher Angriff! Sie sind überall! Halte durch, Männer! Schlagt sie zurück! Ein Monument wird angegriffen! Warum ist da ein Aschetetzer? Stehe bereit! Alles klar! Ein Monument wird angegriffen! Schließt die Reihen! Halte durch, Männer! Äh, was? Wieso? Schließt die Reihen! Sie sind überall! Was auf den Weg? Vorwärtskrieger! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Schlagt sie zurück! Sie sind überall! Sie sind überall! Sie sind überall! Sie sind überall! Haltet durch, Männer! Haltet durch, Männer! Ah, da kommt der Aschetetzer schon wieder! Krieger! Feindlicher Angriff! Portet er sich gleich wieder weg? Ja, der portet sich immer da hoch. Und da kommt eine neue Welle. Feindlicher Angriff! Unverzüglich! Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! Schließt die Reihen! Sie sind überall! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Verstärkt die Deckung! Schließt die Reihen! Auf den Weg, Hunde! Für die Rune! Haltet durch, Männer! Geh weg von mir, Mumie! Feindlicher Angriff! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Feindlicher Angriff! Schließt die Reihen! Okay, ich nehme es zurück. Es ist genau der perfekte Zeitpunkt gewesen, die Stadt gesehen zu gehen. Schließt die Reihen! Schlagt sie zurück! So, portet er sich gleich wieder weg? Ja. Aber dieses Mal nicht da nach oben, sondern hier unten hin zum Seelenbrecher. Vorwärts! Hm. Folgt mir! Interessant. Auf mein Kommando! In die Schlacht! Schließt die Reihen! Haltet durch, Männer! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Feindlicher Angriff! Feindlicher Angriff! Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! Gein! Weisen!